Nuklearkriege haben die Erde verwüstet. Die Reste der Menschheit sind in Gebiete geflohen, die von den tödlichen Strahlen noch nicht verseucht sind. Nationen gibt es nicht mehr. Aber Gewalt und Tyrannei beherrschen immer noch die Welt. Wollen Sie, dass Schwächlinge die Erde beherrschen? Ein Mensch, den nur wenige kennen. Prossor hat die Macht an sich gerissen. Und unter dem Zeichen des Todes, Omega, eine Schreckensherrschaft errichtet. Es gibt aber noch einen Ostenseiter. Josh McBride. Aus den Trümmern des letzten Atomkrieges hat er sein Motorrad gerettet und ein technisches Unterwerk daraus geschaffen. Computergesteuert, Waffenstarrend, mit allen Finessen ausgestattet. Das Schicksal hat ihn zum Kämpfler für eine verlorene Welt bestimmen. Mit mir langsam auf den Weg. Mein stolzer Vater wird noch auf den Knien vor mir liegen, wenn er erfährt, dass ich dein Hirn zerstöre. Entweder du hilfst mir, meinen Vater zu retten, oder du bist in ein paar Sekunden kein Mann mehr. Überredet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017